Wir hatten hier einen Opernsinger, spontan einen Schauspieler, der nächste Woche kommen möchte. Kommt vorbei, bringt eure Kunst, zeigt sie hier, macht sie hörbar, macht sie sichtbar. Das ist ein Manifest und seit gestern mit dieser Notbremsen, Infektionsnotbremsen, Schutzverordnungs-Abstimmungs-Entscheidungsgesetz, seit gestern ist es noch mehr so, dass jede Kunst ein Manifest ist und dass ihr das hier präsentiert. Wenn es anders nicht geht, dann ist es halt hier auf dem Potsdamer Platz. Eine große Bühne, eine große Demo-Bühne, eine Mahnwachenbühne. Kommt hier vorbei, ihr könnt euch auch bei mir anmelden. Hier gibt es eine Visitenkarte mit meinen Kontakten. Ich bin Dr. Carola Meusers, Kunst-Zurückerin und ich möchte, dass Kunst und Kultur weiterlebt in diesem Land. Deswegen stehe ich hier seit November und ich werde hier auch weiterstehen, wenn es sein muss. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Mitwirkung. Sagt es weiter, macht es auch in euren Dörfern und Städten. Das muss gar nicht hier in Berlin sein. Macht es überall. Es kann auch im kleinen Rahmen sein. Gebe ich euch auch gerne Tipps. Also lasst euch nicht entmutigen. Zeigt Kunst und Kultur. Tschüss!